Ich will hier raus! Hilf! Ich arbeite dran! Geei dich, Spider-Man! Sonst kommst du hier niemals raus! Nicht treffen lassen! Spider-Man? Was siehst du da drin? Ein Hauptgebösewichte! Einschließlich Mysterio! Das mag komisch klingen, aber Cole und ich glaub, dass der Mysterio-Schurke von den erschaffen wurde, der unsere Mysterien sabotiert. Sie wollen mich verneuten, indem sie Illusionen als Waffen einsetzen, um Leute zu quälen. Wir glauben, wenn du diese Anomalyde siehst, dann können wir die Geisel retten. Außerdem, je effizienter du diese Anomalyde ausschaltest, desto eher fängt mir heraus, was falsch gelaufen ist. Und warum? Ich debugge also Code, indem ich diese grünen Fähnenkerne bekämpfe? Okay! Ich bin ein Waffen. Unvorstellbar! Ich muss mit Sirio ausschalten! Unvorstellbar! Ich hab's geschafft! Unglaublich! Was? Danke, Spider-Man! Du bist sicher! Entspann dich! Atme durch!